Herzlich Willkommen zu den One Piece News. Vergesst nicht, am 3. April wird endlich Band 96 von One Piece erscheinen. Es gibt sogar schon ein vorläufiges Cover, wobei es sich bis zum Release immer noch ändern kann. Was interessant an diesem Cover ist, ist Blackbeard. Wir sehen ihn hier mit seiner Krallenwaffe, die wir bis dato erst einmal in einem Flashback von Shanks sehen konnten. Mit dieser Krallenwaffe hatte vermutlich Shanks seinen Narben am Auge zugefügt. Ebenfalls am 3. April wird ein neuer One Piece Novel erscheinen, und zwar der One Piece Novel Law. Hierbei wird es einen ganzen Band lang nur um Law als Protagonisten gehen. Auch das Cover wurde mittlerweile schon geleakt und ihr seht es hier im Hintergrund. Laut ersten Leaks geht es in diesem Novel darum, was Law direkt nach Corazons Tod gemacht hat, wie er gelernt hat die Ope-Ope-Nomie zu meistern und wie er seine Piratenbande gründete. Der April wird ein richtig schöner One Piece Monat, denn das One Piece Magazine Vol. 9 wird am 24. April veröffentlicht. Das Hauptthema werden die Designs von Aichiro Oda sein, werden ein Chopper Wanted Poster bekommen, sowie einen neuen kleinen Novel mit Robin als Hauptcharakter. Und zu guter Letzt wurde nun auch ein neues Artbook, das One Piece Color Walk 9 eingekündigt. Es wird darin ein Interview zwischen Aichiro Oda und Aisaku Kubo Nooshi, einem anderen Mangaka geben. Das war's mit den News diese Woche. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare und smash Like und den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer Spaß und rein. Ciao.